Hallo und herzlich willkommen zur Erweiterung von Half-Life 2. Wir waren gerade dabei hier im Nexus rumzugeistern für mal einen Weg rauszufinden. Also wir weiter. Ja zum dritten Gerad oder so. Ich glaube ich jetzt... Ja. Deggung. Tschüss. Ich wollte eigentlich die Gugel fangen. Das erledigt auch den Unterdrücker auf dem Dach. Nichts, wir rauch aufs Dach jetzt, Gordon. Mir nach. Hier ist der Watt. Ja, Brust hilft immer. Wir müssen runter, damit wir aufs Dach kommen. Lugge. Achtung! Du Idiot! Auf das Dach, Gordon! Nix, wir rauf aufs Dach jetzt, Gordon. Da mach mir mal die Krippe. Ja! Was ist das Tor? Muss es nur schnell aufmachen. Fertig! Ich bleibe hier und halte diese Tore so lange offen wie nötig. Geh rauf und bring die Brücke rüber. Wir brauchen nach Möglichkeit Verstärkung von überall her. Ja! Wenn noch mehr Bürger durchkommen, schicke ich sie zu dir rauf. Wir sehen uns demnächst. Hier ist ein Medikator. Ich bin ein, Schiff. Ich bin ein, Schiff. Echt. Ich bin ein, Schiff. Ich bin ein, Schiff. Okay. Ich werde mich vielleicht auch noch kriegen lassen von denen. Von der Combine. Autsch. Autsch. Ich bin Rambo. Autsch. Ich treffe dich. Autsch. Autsch. Get off. oh nein eh was alle tot oh 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 pokémon oh 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 Da wollen die gegen mich halten. YAY! Okay, nice. Neuladen. Okay. Dr. Freeman, seit der Unterdrücker abgeschaltet und das Tor offen ist, können wir Leute hier durchbringen. Die Kombinen werden das spüren. Ja. Wir haben auf dem Platz eine Kiste der Raketen verloren. Wenn du es dorthin schaffst, hast du alles, was du gegen diese Strider brauchst. Okay. Dr. Freeman! Ja, Dr. Freeman, ja. Du hast eine Dachkiste? Ja. Ah, der kommt doch dabei, die Strahle. Whoa! Oh! 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 Wollt. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Okay. Ich glaube, ich hatte schon noch mehr da machen kann. Ah! Strider 1, down. Ey! Ist der höchste Weihnachten? Wo ist das Strider? Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! A, Ciekaj, muszę to on goła. Oh, Alter! Oh, Alter! Oh! Es ist viel, denn... Ohne mich geht's nur um 10. Ja, der hätt' ich mal drauf achten müssen. Hm... Hey, da kommt ihr von da, da kommt ihr von da Nio Willi kamen bis zu spät. Ja, ich hab's gepackt. Endlich. Wo wird jetzt noch geschossen? Hm. Ah. Hm. Hier konnte ich einen Rimmel machen. Ja. 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 Ja, ich muss da rumhalten. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschöö.